Na? Läuft sie? Läuft sie nicht? Ja, sie läuft ja auch. Oh, herzlich willkommen zurück. Guten Tag. Hallo. Ja, warte mal. Ich zieh mir erstmal diesen LKW von irgendwas aus meinem Auge raus, alter. Was zur Hölle? Junge, 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 ey. Ich habe meinen Fremdkörper aus meinem Auge herausgeholt. Was? Jetzt bin ich selbst verwirrt. Wir können eigentlich straight die Straße nach oben laufen, weil der Kampf ist ja auf dem Weg. I follow you. Good day, love. So, die drei Muskeltiere sind wieder durch die unterwegs. Hier sind wieder Spastis. Trotz ein Action. Trotz ein Action. Ja. Ich habe mittlerweile meine kleine Waffe. Wieder zur Pistole, weil ich jetzt als Hauptwaffen immer Maschinengewehr und Schotze nehmen werde, glaube ich. Ah, Cleaner. Ja. Dankeschön für den Save. Noll. So. So. Ja. Wieder Cleaner, alter. Was geht denn ab? So. Äh, lungert noch irgendwo einer. Da? Ne, doch nicht. Ja, diese ganzen Collectibles, das wäre mein Vorschlag, dass wir die, also Laptops, die Drohnen, die Handys und Co. Die werden nämlich quasi, nachdem wir die Gebiete gereinigt haben von Missionen und Kämpfen, immer angezeigt, weißt du? Ähm, dass wir die ganz zum Schluss machen. Ja, das ist jetzt eine Kette. Du kriegst jetzt Waypoints angezeigt. Ich glaube, 5, 6 Stück sind das immer und dann kriegst du die Akte von dem Typen. Wir können ja mal gucken, dass wir uns den einen gerade holen hier. Wait a second. Kass. Wait a second. In die Gasse rein, da. We make the Humpelmann until you are there. Äh, Cleaner. So, hier ist die Dingens, kannst du aufheben, ne? Ah, von hinten kommen auch noch mal welche. Ah, Kiste. Kiste. Ja, hier werden jede Menge Pfeilen angezeigt, um uns herum. Aber es kann auch sein, dass die auf den Dächern sind. Dann ist das natürlich jetzt schwierig, uns die zu erreichen. Also, wenn du da denkst. ificarbar. Aufheben. Attachee Dem habe ich mal mit der Schrotze das Bein amputiert Wollen wir aber hoffen, dass sowas wie hier in diesem Spiel niemals in der Wirklichkeit eintritt Dass Leute aus so einer Spezialeinheit die Straßen säubern müssen von ganz vielen Idioten Die Chance besteht immer, gerade zur Zeit Ich finde es halt beängstigend, weil wenn man sich mal vorstellt, dass es Gegenden auf dieser Welt gibt, wo tatsächlich Menschen auf offener Straße geschossen werden oder so ein Scheiß Oder ermordet werden, verschleppt werden Das darf eigentlich niemals echt passieren Oh ja Aber die sind leicht Warte doch auf mich Ich kuschel doch nur mit dir Ja, da rennst du seinen Buddys Ah shit Oh fuck Ja, ich auch Das war eine Falle, alter Der hat uns volle Kanne in die Falle gelockt Ich zurück Durch die Scheiße da Und dann ab zu Ralf Der Kölsch Ralf, der wird uns jetzt heilen Ich muss immer an diesen einen Song denken von früher Ich habe der schon tausendmal gesagt Sollste klein lassen Nein Ein gelber, alter Okay, das ist so ein Straßenboss dann Wow Ja, nimm immer den obersten Bei Point Das ist der nächste Und Munition auf Frechen Dein 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 Ralf, liegst du da noch? Wie nein, wo bist du denn? Was für ein Zehn? Hä? Welchen? Okay Hey Irgendwer beamt da gerade zu mir, kann das? Okay Ja, ich habe nur gedacht, dass wir noch eines zum einsammeln Ich finde auch hier diese Lichterketten in den Bäumen so extrem atmosphärisch, ne? So, wo waren denn die Schweinehunde gerade? Warte mal, sind wir denn noch auf dieser einen Straße? Ah ja, wir müssen jetzt geradeaus, da ist der Sterbeort Da ist ein Zivilist Sind Seesterne Da ist ein Zivilist Ja, what the fuck? Achso Da sind sie ja wieder Ja, what the fuck? Achso Da sind sie ja wieder So Das waren aber immer noch nicht die Eigentlichen Die Eigentlichen sind erst hier hinten Die sollten zumindest, oder? Dann sind die weg Dann sind die weg Die Mini-Bosses mit ihren Truppen, die sind nicht immer Stationär, aber hier sind es, äh, Striker Dann sind die weg Puh Ja Jetzt zieh die Straße rechts rein roy Ja In Ah shit Sh-iiit 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 Sh-sh-iiit Sh-jiit Sh- многие Das war's. Boah, ich musste mal ganz kurz... Alter... Uuh... Feindkraft nähernt sich. Ach, die schießen mit den JTF-Leuten schon da. Ui, ui, ui... Untertitelung des ZDF, 2020 So... Boah, Grippe ist scheiße, Alter. Mein Auge tränt unkontrolliert, ne? Direkt raus und ein neues kaufen, ne? Ich hab nur grad noch ein bisschen Loot eingesammelt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wow, der ist so hart getroffen worden, der ist despawned. Hier liegt eine Datei irgendwo. Ja, hier liegt ein Laptop. Ja, hier sind... Hier ist ein Kampf, den können wir direkt machen, weil das ist jetzt grad eh am toben. Echt? Kommt zu mir gekrabbt oder zu der Kiste? Hier liegt ne kleine Kiste. Sollen wir kurz erst warten, bis Ralf wieder drin ist? Wollte ich grad sagen, ja. Wow. Wow. Vielen Dank. Ach, hier ist ein Reifen, der ist dir nachgelaufen gerade. Was sagen wir mal kurz einen Aufnahmestopp?